Was haben wir denn bauen? Lass mal ein neues Weekend League Team bauen. Komm, komm, ihr seht ja das Team. Das war geil. Die Teambewertung seht ihr auf meinem Stream-Highlights-Kanal. Dazu muss ich nicht mehr viel sagen. War ein cooles Team. Aber da verkaufen wir jetzt auch gleich wieder ein paar Spieler. Ich gucke erstmal, wie wir jetzt unser Team umbauen werden. Und wen wir jetzt spielen werden, wen nicht. Also ich denke, Mbappé wird Platz auf der Bank nehmen. Ich glaube, Fekir wird auf jeden Fall Platz. Rodrigo wird Platz auf der Bank nehmen. Amawi, Jesus Navas kann man auch austauschen. Vielleicht De Jong raus. Wir werden auf jeden Fall ein paar Rule Breaker einbauen. Nkunku wahrscheinlich einbauen. Komm, wir machen einfach mal ein neues Team. Teamname. Eiermann. Ja, ich schwöre Eiermann. Aber das ist bestimmt gesperrtes Wort. Bing-Bong nennen wir das Team. Was für Eiermann. Bing-Bong. Bing-Bong. Was? Wieso geht das nicht? Warum kann ich nicht Bing-Bong machen? Hä? Als ob an Bing-Bong irgendwas... Ah, Bing-Bong. Bing-Boom. So machen wir Bing-Boom. Also, ins Team soll, Freunde. Wir bauen uns ein Team. Der Eiermann muss wieder mitspielen. Der Eiermann ist immer gesetzt, Freunde. Das ist klar. Der Eiermann muss mitspielen. Bernardo hat noch keine Upgrades bekommen. Der muss nicht mitspielen unbedingt. Der Licht hat auch noch keine Upgrades. Foden-Fig. Wir müssen auch nicht mit. Fofana war krass. Nkunku ist geil. Ich will mir, glaube ich... Ich glaube, ich glaube, ich glaube, Chad. Mein Team soll auf jeden Fall irgendwie so in der Art... Also, das soll so der rote Faden sein. Damit können wir dann ein bisschen arbeiten. Checkt ihr, was ich meine? Ginola. Ich habe mal wieder Bock, Ginola zu testen. Alle E-Sportler spielen ihn und er sieht übertrieben heftig bei den ganzen E-Sportlern aus. Deswegen habe ich Bock, ihn zu testen. Und ich glaube, wir stellen auf jeden Fall Ginola rein. Und Nkunku rein. Und der Eiermann, der wird natürlich auch spielen. Wo werden wir am Ende sehen? Aber ich glaube, die beiden sollen auf jeden Fall safe zocken. Das sind zwei neue Spieler. Ginola hatte ich zwar schon mal in der Weekend League, aber das war noch vor dem ersten Patch. Und wer weiß, was sich da alles verändert hat. Und Nkunku habe ich gerade erst gemacht. Der soll auf jeden Fall auch drin sein. Ich habe den Nkunku mit Passen genommen. Der 93 Passen. Guckt euch mal diese Attribute an. Der muss ja krass sein auf der 6. Mit Shadow. Ich glaube, Shadow und dann Bamyung ist das so ein guter 6er. Geisteskrank. Wie viel ist Ginola wert? Ich glaube, der kostet 2,4 Millionen oder so. Aber ich habe eh genug Coins. 2,2. Ja, also 2,2 Millionen Ginola. Vielleicht ziehe ich den aber auch noch aus meinem Hero-Pack. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Das habe ich ja noch nicht geöffnet. Das mache ich dann, das seht ihr dann morgen wahrscheinlich im Video. Vielleicht spielen wir auch nochmal Fofana. Der war eigentlich geil. Dann haben wir hier nämlich auch schon mit Ginola diese Chemie so. Das ist eigentlich geil. Fofana kann man immer sehr schwierig einbauen. Aber mit Ginola ist das ganz easy eigentlich. Bin ich ehrlich. Vielleicht machen wir sogar das wieder. Weil Fofana hat mir echt richtig, richtig krass gefallen. Ich sage euch ehrlich. Äh, cheap Viehra. Das ist wirklich ein cheap Viehra. Für mich. Für mich sehr krass. Sehr, sehr krass. So, diese drei Spieler. Um diese drei Spieler bauen wir irgendwie was. Ich tue mal ein paar Spiele auf die Bank, damit wir wissen, was so geht. Was wir so haben. Warte mal. Fangen wir mal hier an. Also, Maldini haben wir. Fandasa haben wir. Wissen wir. Marquinhos haben wir. De Jong haben wir. Ember P. Neymar. Kanté. Ich habe ja so viele krasse Spieler, ne. Ich glaube, Christus Navas verkaufen wir. Da waren noch ein paar. Rodrigo verkaufen wir auch. Fekke fand ich nicht so krass von Anfang an. Wollen wir Upamecano rot zocken, Chat? Wie, das glaubt ihr ist der gute? Der ist, glaube ich, echt gut, oder? Haben wir hier sogar einen grünen Link. Sollen wir das irgendwie so machen? Was sagt ihr? Upamecano Nkunku? Sollen wir Upamecano testen in der nächsten WL? Ich glaube, das ist echt geil. Das ist echt geil. Da haben wir auch nochmal eine Food Champions Karte da drin. Und wir haben den eh in rot gezogen. Das heißt, warum nicht? Bonali verkaufen wir jetzt mal. Die Coins nehme ich mir mit. Ich hoffe, der ist noch knapp 100k oder so wert. Oder 80 oder so. Mal gucken. 86. Geil. Weg mit dem. Upas krank habt ihr den auch? Ja. Ja, nice. Ja, nice. Ich glaube, wir nehmen dann aber eine andere Formation. Guardiol. Ne, 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 ne. Ich habe keinen Bock auf Guardiol. Guardiol. Ich muss nicht. Muss nicht unbedingt. Wir haben jetzt schon einen Bundesliga-Spieler da drin, das passt. Wir versuchen irgendwie ein paar geile Karten. So verschiedene Karten. Guck mal. Ich habe jetzt eine Hero-Karte. Ich habe eine POTM-Karte. Ich habe eine Rule Breaker-Karte. Ich habe eine rote Karte. Wir haben vier Karten und vier verschiedene Karten-Typen. Ich will auch ein geiles. Das Team soll geil aussehen. Mit welcher Formation kriegt man Fofana und Ginola am einfachsten auf Full Chemie? Vor allem Fofana. Dass er nicht so viele Links hat. Weil jetzt hat er hier einen grünen und er hat noch drei Links. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Warte, in der 4-3-3 hat er nur zwei Links, ne. So kriegt man den, glaube ich, sehr easy auf Chemie. So braucht er hier einfach nur noch einen Orangen. 4-3-3, 4-3-2-1. Irgendwie sowas, ne. Was ist bei 4-3-2-1? Ne, das ist Quatsch. 4-3-2-1. 4-3-3, glaube ich, am besten. Amavi LV. Ich habe halt Amavi schon letzte Weekend League gezockt. Aber vom Ding her kann man echt machen. Der war auch echt gut. Und dann Upamecano einfach hier entstellen, ne. Dann ist Amavi auch Full. Dann haben wir nämlich die Seite schon abgeschlossen. Theoretisch. LV Theo Hernandez. Oh, aber der kommt nicht mit Fofana auf Chemie. Theo Hernandez wäre echt geil, aber können wir nicht einbauen. Leute, 4-2-3-1. Fofana im Sturm. Dann ballern wir Amavi raus. Und wisst ihr, wen wir dann für Amavi reinknallen? Dann können wir hier nämlich auf ganz entspannte Basis Theo Hernandez reinknallen. Und das ist ein Call. Und das ist ein Call, Chat. Theo Hernandez habe ich dieses Jahr nämlich noch gar nicht gespielt. Oh. Oh. Chat, ihr seid nicht richtig mit dabei. Ihr seid nicht richtig mit dabei. Ihr habt zwar 4-3-2-1 geschrieben, aber das hier ist gerade der Call. Das hier ist gerade der Call. Dann tue ich Ronaldo hier hin. Und dann ist Fofana auf Full Chemie. Und dann können wir auf der rechten Seite was ganz, ganz Neues bauen. Wo drückt denn der Schuh, Chat? So und nicht anders. So und nicht anders. Da haben wir doch was. Bei 4-3-2-1. Aber dann können wir nicht Theo Hernandez spielen bei 4-3-2-1. Ihr meint so. Ha. Auch cool. Auch sehr cool. Natürlich auch eine coole Sache, ne? Ist natürlich auch eine coole Sache. Habt ihr recht. Aber die 4-2-3-1 sah auch schon geil aus. So wäre Fofana auch auf Full Chemie. Aber ich sag ehrlich, das mit der 4-2-3-1 habe ich gerade am meisten gefühlt. Dann weiß ich auch schon, wo ich R9 hinstelle und so. Und da sind die auch alle so mäßig schon full. Haben die richtig geile Links hier. Zack, zack. Guck mal hier. Bam. Dann R9 hier hin. Dann haben wir schon die linke Seite des Teams fertig. RV trennt Alexander Arnold. Boah. Wollen wir? Wollen wir Rule Breaker Trend spielen? Boah, Bruder. Der hat echt eine geile Karte. Und dann irgendwie Salah Second Inform oder so. Boah. Das wird auch geil kommen. Ich sag ehrlich, Trend und Salah würde ich fühlen. Würde ich krass fühlen. Dann haben wir Ginola und R9. So mäßig. Dann spielen wir, glaube ich, die 4-2-2-2. Ginola, R9, Sturm. Dann Salah, rechter Flügel. Fofana und Kunku 6. Und dann brauchen wir nur noch einen für den linken Flügel. Doch, doch, doch. Ich glaube, das wird's. Ich glaube, das wird's, Chat. Wie cool. Was ein geiles Team. Hilfe. Trend Food Geburtstag. Äh, Rule Breaker. Was für Food Geburtstag. Und dann hier ist Salah hin. Ich glaube, das wird's. Ich glaube, das Team wird es. Das wird ein richtig geiles Team. Mohamed Salah. Zeig mal her. Second Inform. Boah. Junge, so geil. So geil. Jetzt brauchen wir hier ZDM noch einen Angreifer, der links Flügel spielen kann in der 4-2-2-2. 4-2-2-2 links Flügel-Chat. Sag mal an. Innenverteidiger Rüdiger. Ja, doch. Ja, doch. Rüdiger auch ein guter Call. Manet Inform. Aber dann haben wir zu viel Liverpool, oder? Aber Manet Inform, auch böse Karte, ne? Wobei ich den goldenen Manet nicht so fühle. Der ist nicht so krass, finde ich. Ich brauche eigentlich noch ein paar 5-Sterne-Skiller. Obwohl, ich habe schon Ronaldo und Ginola 5-Sterne-Skills. Manet Inform, Van Dijk Alisson. Das ist zu langweilig. Das ist zu langweilig. Manet, Rüdiger Neuer. Dann ist Rüdiger doch gar nicht auf Foodshammy. Aber Rüdiger können wir mal kurz hierhin tun. Zeig mal Rüdiger her. Zeig mal Rüdiger her. Der hat auch eine richtig geile Karte bekommen. Und ich kenne ihn persönlich, ne, Chat? Das wissen viele gar nicht. Ich habe schon mal mit ihm gechillt. Und er war da verletzt, hier in Deutschland. Da hat er noch bei Rom gespielt. Und da haben wir ein bisschen gelabert. Und er wollte eigentlich sehr gerne mit mir eine Fußball-Challenge aufnehmen. Aber Leute, er war verletzt, so mäßig. War gerade wieder auf dem Weg, gesund zu werden. Und hätte er dann eine Fußball-Challenge gemacht, dann hätte es vielleicht Hate gegeben. Weil die sagen, ey, du bist verletzt. Konzentriere dich auf deine Reha. Konzentriere dich auf deine Heilung. Und mach keine Fußball-Challenges mit irgendwelchen YouTubern. Deswegen habe ich ihm gesagt, ey Brudi, lass lieber, das ist zu unnötig, dass du dann Stress bekommst. Das will ich nicht und so. Und dann meinten sie, ja, scheiß drauf. Aber auf Full-Chemie kriegen wir ihn dann nicht, ne? Wenn wir hier wieder Van der Saar spielen würden. Wenn ich hier wieder Van der Saar spielen würde, dann müssten wir hier noch einen grünen Link für Rüdiger uns reinknallen. Hol Werner. Werner möchte ich nicht spielen. Zeig mal Werner her. Obwohl das auch wieder eine geile Road-to-the-Knockout-Karte wäre, ne? Matthäus. Ne, wir haben schon zwei Sechser. Wobei man den echt auf den Flügel zocken könnte, ne? Drei-Scherne-Skills. Ne, drei-Scherne-Skills ist mir zu schlecht für Flügel. Da kann man nicht mal einen Gegner vorbeiskillen. Bernardo Silva. Warte. Zeig mal her, zeig mal her, zeig mal her. Das bringt aber auch nichts für Rüdiger, Leute. Dann ist er trotzdem noch Sex-Chemie. Und Bernardo Silva ist Linksfuß. Ich brauche links einen Rechtsfuß. An TSPC. Leute, wir haben schon zwei Sechser. Ich brauche einen Flügelspieler. Ich brauche einen Flügelspieler-Chat. Merkt euch, Fofana und Nkunku spielen bei mir auf der Sechs und der 4-Triple-Two. Und dann habe ich nur drei Angreifer. Wir brauchen noch einen weiteren Angreifer. Hier muss ein Angreifer spielen. Ich glaube, wir können Rüdiger nicht zocken. Leno ins Tor. Boah, ich kriege Frust auf diese Torhüter, wenn die nicht performen, ne? Ich kriege Frust auf diese Torhüter, wenn die nicht performen. Ne, kann ich nicht bringen. Kann ich nicht bringen. Will ich nicht. Wir müssen ja nicht unbedingt Rüdiger zocken, diese Weekend-Lieb. Das kann man auch nächste machen, vom Ding her. Wen gibt es denn noch Premier League-Angreifer jetzt, ne? Den wir auf Flügel zocken könnten. Oder wir machen es halt wirklich so. Wir spielen einfach Werner. Wir könnten vom Ding her auch Werner ausprobieren. Wenn er kacke ist, dann machen wir doch was anderes. Weil eine andere Möglichkeit bleibt mir halt nicht. Und Werner, Leute, der war gut im SBB, wo ich den hatte. Ich habe ja einen Werner-SBB gebracht. Das war eigentlich gut. Das war eigentlich gut. So, er hat es eigentlich drauf gehabt. Und von den Links sieht es auch geil aus. Und dann könnte ich einfach Fandasa ans Tor stellen. Und wir hätten ein richtig, richtig, richtig Baba-Team. Ein richtig, richtig Baba-Team. Oder nicht? Guck mal hier. Wenn ich hier jetzt noch Fandasa rein stelle. Brudi. Hilfe. Dudek testen. Wer ist denn Dudek? Ah, Dudek testen. Ich hatte gegen Gamerbrother im SBB. Wisst ihr, wie scheiße der war? Den werde ich nie wieder in mein Tor stellen. Nie wieder. Nie wieder. So sieht das Team noch stark aus. Ich glaube, wir machen das so. Das ist mein neues, richtig geiles Weekend-League. Was ist das für ein Team? Bruder. Keine einzige Gold-Karte. Das sind alle Special-Karten. Und alle Karten sind eigentlich krank. Jede Karte sieht gut aus. Jede Karte sieht spielbar aus. Und jede Karte sieht aus, als wenn man da mit Rang 1 holen könnte. Bro. 10 von 10 Team meiner Meinung nach. Bewerten, abonnieren, nicht vergessen. Bin ich ehrlich. Da hebe ich die Hand. Da drückt mir auf jeden Fall gar nicht der Schuh. Der Einzige, der mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereit ist, ist Werner. Weil er drei Stunden Skills hat. Ansonsten Top Team. Ich glaube, das bauen wir. Ja. Doch, doch, doch. Das bauen wir. Das ist mein neues Weekend-League-Team. Musik Bis zum nächsten Mal.